Der Corona-Winter naht und alle singen schon das Lied der nächsten Welle. Also schnell nochmal, alle Mann an Bord. In der Seniorenpflege hat man besondere Sorge und so will man den Menschen nochmal was Schönes bieten. Jetzt live aus Bonn. Ihre Lokalzeit mit Ralf Henscheid. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche. So richtig drüber reden will auch niemand, aber dennoch, es führt ja kein Weg an der Erkenntnis vorbei. Auch diesen Winter werden Inzidenzen uns wieder begleiten. Da niemand weiß, wie mild der Winter wird, vom Wetter her, aber natürlich auch bei den Krankheitsverläufen. Und was kommen wird, hat man in einem Bonner Pflegeheim sich schon mal entschieden. Wir machen Party. Die Senioren brauchen und wollen es. Es ist ordentlich was los vor dem Pflegeheim Marienhaus in der Bonner Innenstadt. Dutzende Bewohner machen sich am Mittag auf den Weg zu den bereitstehenden Bussen. Vorfreude bei den Senioren. Die Schiffchen fahren auf dem Rhein. Halten Sie sich dafür fest. Und dann hoch. Und ein Organisationskraftakt für die Pflegedienstleiter. Drinnen müssen auch wir den Corona-Test vorzeigen, unsere Namen angeben. Nach wie vor gilt, dass jeder Heimbesucher ein Testergebnis mitbringen muss, das nicht älter als 24 Stunden ist. Wenn jemand keinen Test mitbringt, dann machen wir nach wie vor den Test unter Anleitung, den Selbsttest. Der Heimleiter kann die Bestimmungen längst runterrasseln, wenn am Empfang neue Mitarbeiterinnen übernehmen. Noch ist der Krankenstand niedrig. Alle Bewohner negativ, zwei Pfleger haben Corona. Ob das schon der Anfang einer neuen Welle ist, sie wissen es nicht. Wahrscheinlich auch nicht anders als in anderen Häusern. Wir haben immer wieder mal personelle Ausfälle durch Corona. Klar, wir gehen auf die Kollegen zu und fragen, wer einspringen kann, wer die Kraft dafür hat, einzuspringen. Wir weigern uns immer so auch extern hinzuzuholen wie Personalarbeitsfirmen. Aber auch das wäre das Ultima Ratio, wenn wir gar nicht weiter wissen. Aber letztlich sind wir alle schon etwas müde. Die Routine in Sachen Corona, sie wächst. Die Angst nimmt ab. Dass der traditionelle Schiffsausflug vom Bonner Stadtsoldatenkorps startet, in diesem Jahr ist das keine Frage. Aber die Erschöpfung beim Personal, die nimmt nach fast drei Jahren Corona immer weiter zu. Manche Pflegekräfte sind noch Wochen nach der eigenen Erkrankung matt. Dennoch sind alle entschlossen, so viel Normalität und Zusammensein zu ermöglichen, wie es geht. Ganz ehrlich, wer hat mal die Senioren gefragt? Und wenn man die Senioren fragt, die möchten leben. Die möchten ihren Lebensabend lebenswert genießen und nicht in der Einsamkeit sitzen. Das sehen alle, die wir an Bord fragen, genauso. Den Lockdown will hier niemand zurück. Dieses abrupte, also nicht mehr sehen, gerade mal telefonieren, okay. Aber ich fand das schon sehr schlimm. Ich würde mir wünschen, dass es freier wird. Die Ich wegen der Tagespflege war geschlossen. War Katastrophe zu Hause, alleine so bleiben, nicht? Ich will lieber feiern. Schon kurz nach dem Ablegen ist die Tanzfläche voll. So soll das Leben selbst bei steigenden Inzidenzen bleiben, sagen sie hier. Es gilt wohl, die richtige Balance zu finden im dritten Pandemiewinter.